Ganz wichtig, The Last Battle findet am 13.07 statt, nicht am 7.07 Uhr, Uhrzeit 17 Uhr, ist gleich geblieben. Unsere Spieler sind schnell, unsere Spieler sind aggressiv, Unsere Spieler sind Invictus-Spieler. Als wir das allererste Mal gegen euch spielten, da... Ja, da waren noch echt viele Ultimates dabei, die jetzt bei The Last Battle nicht mehr für uns spielen. Zum Guten für uns, zum Schlechten für euch. Denn wir haben aufgerüstet, wie ihr beim zweiten Mal schon mitbekommen habt. Wir sind unschlagbar. Wir haben einen Scrim-Siegesrekord über 8 Wochen gehalten, mit 8 Siegen zu 0 Niederlagen. Und das muss uns erstmal einer nachmachen. Ich meine... Wann in der Geschichte von Revoid vs. Invictus habt ihr es jemals geschafft, uns zu besiegen? Und falls ihr jetzt denkt, oh, wow, wir haben damals Consulate gewonnen, beim zweiten Aufeinandertreffen. Dann sage ich Glückwunsch. Das war auch eure einzigste Map, die ihr jemals gegen uns gewinnen konntet. Aber hey, dafür ist The Last Battle da, um nochmal alle Rivalitäten, vor allem die zwischen mir und Arrow, auszutragen. 100 Euro on the line. The winner takes all. autor. Musik 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 Musik